Hinter dir, Valmet, guck mal hinter dir, guck mal hinter dir Ja, dann ist es nochmal gut, dann haben wir eine schöne Folge Dann haben wir eine schöne Aufnahme Session Schon wieder Inno sind Ey, schon wieder Inno, ich war noch gar kein einziges Mal Traitor Ich wette Krogner ist es Dann war ich einmal Traitor und dann passiert mir direkt so eine Scheiße Darf ich mal kurz rauskriegen, mir hat jemand was in Blau geschrieben Jolo! Hä, was war das? Jemand schießt, jemand schießt auf mich Geh ich weg Bist so blöd, es hat jemand geschossen Boah, ich will die M16 da Ich... Memo, wie sieht mich an? Ich auch Ja, ich hab dich blockiert Mach dir denn die alle? Ich geh die Menge, da könnt ihr sehen, dass ich kein Traitor bin, weil ich extra die Menge gehe Ja, ich geh nicht in die Menge, weil ich da immer sterbe Lass mich weg Nein, weil du Traitor bist Nein, ich bin innocent Ey, ich hab dich vermuten, ich hab dich vermuten, Gaming M16 Traitor, Jungs Jo, aber we- weißt du was? Ich bin kein Traitor Ja? Komm auf den Tor Ich bin bei Prinz Oder irgendwer Ich hab grad n übelst Geh weg von mir Ich geh oben auf den Turm zu The Wellmet Warum springst du da runter? Weil ich kein Traitor bin Ich geh oben auf den Turm zu The Wellmet Leute, ist einer tot? Ist einer tot? Ähm Ich hab... Ja, der Mick Ich glaub, Micky ist runter... Ja, Micky ist hier auch runtergefallen Äh, Leute Ich bin runtergestrungen Das ist... Ich komm auf den Tor Leute, nein, nicht so viele Nein, 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 nein Nein, nein, ich tu es nicht, ich tu es nicht Ja, das ist mir egal, ich geh da weg Ey, ich hab jetzt die Leiche, ne, von Mick Aber das war... Ich hab nicht gebrügelt Der ist runtergeflogen Ich hab den Beweis Ich bin oben mit Tyler auf dem Tor Und geh runter Ey, der ist runtergefallen Ich schwör, ich schwörs Ich schwörre Der ist wirklich runtergefallen Ich schwörre Möchte dich an dieser Stelle anmerken, wenn er wirklich runtergefallen ist Was in der Luke wäre doch eigentlich Ich schwörre sie, ich auch Dein Guck Ich schwörre Murat Wer ist Murat, Alter? Darf ich dir... Ey, dein Ranger-Bronner Wer ist Murat, Alter? Alter Alter, was machst du denn mit der Leiche? Nee, hier Entschuldigung, heißt Murat, Alter Jetzt Leiche, zeig dir, Alter Du kannst Murat, Alter, ey Ähm, Memo hat sehr sehr wenig Leben Und er trägt eine Leiche Warte, warte, kurz zu Gaming Messi ist runtergesprungen Und er ist gestorben Ich bin auch runtergesprungen Okay, ihr glaubt mir jetzt nicht, tötet mich Ja, genau Fickt euch Tyler, Tyler Na, Tyler, du kleine Hure Den hast du noch leben, lass Wie ich einfach erstmal realisieren musste Du bist so schlimm Jolo, ich muss eben mal sagen, ich bin extra runtergesprungen, um zu proven, dass ich innocent bin und dann verdächtigt die euch gegenseitig Zwei Leute waren so gesehen schon Trotzdem Und wir werden jetzt eh Ich Jolo, das springt einfach Bist du gestorben? Ja, mega Der ist nicht gestorben Da ist ein Affe-Crodinger auf dem Baum Und der sieht mich Oh, du, du Nein, nein, nein Der sieht nicht aus wie ein Affe Veränderst mich an den komischen Typen da Ad aus, aus, hier, Sean of the Dead Wer? Oh, guck mal, hier ist Dings bei mir, Velmet. Hier ist ein Velmet bei mir, hier ist Duckfire bei mir. Hallo Gaming-Milz, hallo. Hier sind alle... Ich wette, der Baum ist es. Ich wette mit euch, das ist der Baum. Es ist der Fessi. Der Fette ist es. Der Fette ist es. Robin! Leute, wenn ihr tot seid, dürft ihr nicht reden. Duckfire, Duckfire. Ich bin nicht tot. Ich habe noch 20 HP. Und ich werde mich jetzt verstecken. Ich würde mich auch verstecken. Ich traue keinen von euch. Warum machst du 20 HP? Weil ich runtergefallen bin, würde ich sagen. Ich bin noch einmal runtergefallen und habe 20 HP verloren ungefähr. Ich habe dich bestimmt bekämpft und danach hast ihr wieder in die Mengen und hat aufgehört, ne? Ich meine... Ich meine... Warte mal, ich bin nicht durch. Warte mal, ich glaube, ich höre zu viel. Ich bin der Türsteher hier, auch wenn man außen umgehen kann. Türsteher. Ich sehe euch alle. Prinz guckt mich an. Prinz guckt mich an. Prinz guckt mich an. Ich habe dich angeguckt und ich wollte den Namen lesen. Ich wollte den Namen lesen. Ich wollte den Namen. Okay. Prinz, wenn er das sagt, dann ist er es. Ich bin's nicht. Ey, komm, geht weg. Ich tötet mich. Ich tötet mich. Nein, ich tötet mich. Nein, ich tötet mich. Sonst kriege ich Kammerpunkte. Tötet mich oder ich tötet mich selber. Grenet. Ich tötet dich nicht. Also. Ich sag schon was. LOL! Was war denn? Das war easy. Oh Mann! Ich bin wieder tot. Ey, YOLO! Die Granate hat dich schon vorhin geschossen. Ich werde sterben! Ich wurde an... Ey, ich bin nicht mal. Ich bin endlich. Ich bin endlich. Ich bin endlich. Du hast ihn umgebracht. Feuer. Oh, Mama. Bist du es? David? Wer war's denn uns? Ne, Coli, du bist so ein random Killer, ey. Ich hab noch... Und am Anfang der Runde noch gesagt, ich werde nie Trader. Du warst der Letzte, der lebt. Du warst der Letzte, der lebt. Du hast davor noch Dingens umgebracht. Alter, wir haben uns alle gegenseitig getötet. Ja, genau. Wir haben uns gegenseitig bekämpft und dann kam ich aus der dunklen Ecke und dann wutz, wutz alles weg. Drei, zwei, eins. Jetzt war aber jeder Trader, glaube ich eigentlich. Ich bin Trader. Ich war noch kein einziges Mal Trader. Ich war nur einmal Trader. Ich war auch einmal Trader. Alter, ich war kein einziges Mal und immer noch nicht. Ich war auch bis jetzt mal einmal Trader, YOLO. Du wirst am Ende der Runde sehen. In der einzigen Runde, wo ich Trader war, hab ich einfach nix gemacht. Wer ist bei mir? Wer ist bei mir? Bleib mal stehen, Darkfire ist bei mir. Ich mach gerade Kniebeugen auf der Granate. Ja, ja, ich warte, Fat Robin. Kann man die abschießen? Fat Robin ist bei mir. Wenn, wenn Darkfire schießt, äh, wenn ich tot bin, dann ist es Darkfire. Äh, nein, ich glaube eher Fat Robin. Ey, mein Tradershop funktioniert gar nicht, wenn ich tot bin. Bei mir auch nicht. Er hat gerade selber bewiesen, dass es ein Trader ist. LOL! Ja, das ist aber unfair. Ich glaube Darkfire ist es. Nein, ich glaube nicht. Du bist die ganze Zeit bei mir. Boah, schön, darf ich nicht hier sein, Alter. Wenn ich... Warte mal. Ich hätte dich schon längst abgeknallt. Guck dir. Tja, bitte. Memo, tu dich wegmachen. Memo, okay. Memo ist das Memo. Ich bin es aber... Es ist doch nicht. Lol, ich dachte erst, weil er gesagt hat, er kann den Tradershop nicht öffnen. Klaus, du mir jetzt? YOLO, Memo ist es. Nein, ich bin's nicht. Leute, ich schwör's euch, ich bin's nicht. Ich hab ihn nur gekillt, weil er gesagt hat, dass er den Tradershop nicht öffnet. Ja, okay, beweis es, beweis es. Okay, beweis es, komm her. Wo bist du? Darkfire ist bei mir, wenn ich hütt bin, ist er es. Ich bin hier beim Ofen, beim Ofen. Stopp! Okay, ich beweis es. So, Waffe weg. Waffe weg. Ich glaubte mich. Waffe weg. Hinter, hinter die... Ne, doch nicht, das ist die Grenade. Ich glaub, David kommt gleich wieder aus der Dunkelheit. Und? Ich hab bestimmt das erst, der ist so leicht. Ich hab ihn nur gekillt, weil er gesagt hat, dass er den Tradershop nicht öffnen kann. David, warum sitzt du hier unten in der Ecke und sneaks? Weil ich warte, bis alles vorbei ist. Oh. Du guckst mich so komisch an, Alter. Leute, tötet euch auf keinen Fall jetzt selber. Ich sag's euch, ich war kein einziges Mal Trader und bin es auch. Ich war einmal Trader und... Was eben in der Runde Trader? Ich war nicht Trader. Also war es doch Leo? Ja, es war Leo. Ich hab Leo auch danach getötet. Aber Leo ist doch tot, warum... YOLO. Ja, Leo ist gerade tot, weil er von einem von euch getötet wurde. Ja, von mir wurde er getötet. Er wurde von mir... Ja, er wurde von mir getötet. YOLO. Ja, aber das nur aus dem Grund, weil er gesagt hat, er kann den Tradershop nicht öffnen. Und dann dachte ich natürlich, er ist Traitor, weil er sich selber verratet. YOLO, der hat genau das gleiche gemacht wie ich. Versuche ihn zu öffnen und das kann man als innocent gar nicht. Wie einfach alle mit diesen Dingen hier rumlaufen. Aber ich bin zwar gewohnt, er kann man alle... Krenet! Deshalb bin ich TredDrobin gegen gesprückt. Oh fuck, was war das? Das war Miki, das war Miki! Ja, Alter! Alter! Was war das? Wer ist Miki? Du bist es, YOLO! Gaming Maisie! Fuck! Nein! 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 Memo, du bist so dumm, Junge. Ohne Scheiße. Bisschen Humor. Vor allem, weil zwei danach genau das Gleiche gesagt haben. Ja, ich hab mich auf die anderen Seite gehört. Ja, ja. Machst du's mit mir? Alter, ich hab damage bekommen. Alter, Leute. Kannst du den Server neu starten? Ich bin schon wieder innocent. Und ich hab... Was hat denn das mit dem Server zu tun? Ja, weil der Server will nicht, dass ich Traitor werde. Du, die Runde ist eh gleich zu Ende. Granit. Ich schmeiße. Wie macht ihr das mit den Granaten? Ja, das macht Mik hier, Alter. Ich weiß eh schon nicht. Ja, da hat schon eine. Da hat schon eine. Ich bin jetzt gleich wieder... Der Traitor-Tester ist aktiv. Ich hab den Goldblock da reingetan. Okay, ich geh da rein. Alle mitkommen. Alle mitkommen. Okay, warte, warte, warte. Ich bin noch. Ich geh nie wieder als erstes da rein. Ich geh nie wieder rein, wenn einer eine Shotgun hat. Ich hab damage bekommen. Ich hab damage bekommen. Doch, ich hab 95. Was schießt du da drin? Ich kann nichts machen. Ich hab 8 FPS gerade. Wer ist da drin? Ja, ich geh jetzt einer mal rein. C4, C4. Was klaberst du? Ich hab 8 FPS. Ich bin hier unten. Ich hör C4. Ja, gib mal weg hier. Ich möchte raus. Oh, diese Granaten. Geh weg. Geh weg. Ich hör C4. Was ist denn C4? Ich hab Angst. Ich geh hier weg. Ich bin vorhin durch die halbe Map geflogen. Leute, ich sag dir, das brummt gleich hier. Ich hör das. Jetzt geht's wieder. Ich bin weg. Ich bin hinter... Seid mal alle ruhig. Das hört man dann. The Valmet. Geben wir uns jetzt testen, oder nicht? Ja, alle testen. Ich hab Web-App drin. Headshot. Ich würd sagen... Guck mal hinter dir. Valmet, guck mal hinter dir. Guck mal hinter dir. Hahaha. YOLO. Okay, da war doch C4. Wer ist alles noch am Leben? Ich. Coldinar. Ich glaub, wir sind die einzigen. Valmet ist am Leben. Vilmet ist 8K. Meinst du, er ist so ein Twitter-Shop? YOLO. Toll. Du warst ein Twitter-Shop. Der war ein Twitter-Shop. Nein, ich hatte DC. Ja, ja. Was? Markus, alter. Markus. So, ich hab Goldblock aktiviert. Schon wieder Innocent. Ich hab den, äh, dinge aktiviert. Ich, ähm, warte, ich testen, ich testen. Okay, ich komme zum Testen, aber ihr Leute... Valmet ist, ähm... Memo, äh, zieht hier. Ja, ich zieh hier. Ich zieh hier. Wo seid ihr? Falls das jetzt... Nein, ist grün. Gut. Ja, okay. Tyler, ich bin unterwegs. Alter, ich bin unterwegs. Aber alle müssen... Koli raus, Koli, geh raus. Koli gehst du raus? Wieso soll ich rausgehen? Alle gucken gegen die Wand da. Du darfst nix bestimmen. Von wegen! Damit du uns da von hinten ne Kills mit ner Shotgun oder wie. Wer hat das gesagt? Helmut, geh rein. Helmut, geh rein. Wir waren schon beide drin. Ich vertraue euch nicht. YOLO. Ja, nur wenn ich reingehe, passiert wieder was. Warte! Dann geh Colt in... Nein, du gehst jetzt rein. Du gehst rein. Du darfst mir nix bestimmen. Das ist kein Detektiv. Ne YOLO. Ja, aber das ist scheiße. Ja, dann möchte ich, dass Tyler nur Tyler hier bleibt. Ich will das... Nö, darfst du nicht. Dann gehst du rein. Ich und Velmut. Ja, aber... Ich bin nur, dass Tyler hier ist. Velmut ist draußen. Ja, ich bin rausgegangen. Memo guckt mich auch an mit ner Sniper. Geh raus. Töte ihn. Nein, nein, du bist doch hier. Wer wird denn einer von denen ist Traitor? Ich? Okay. Ich, David, Velmut... Ich, David und Velmut sind approved. Er wurde gar nicht getestet. Er wurde gar nicht getestet. Ich hab vom Fenster geguckt. Er wurde gar nicht getestet. Ihr wurdet nicht getestet. Von wegen! Soll ich reingehen? Mach nochmal. Micky rein. Micky rein. Wo muss ich denn? Hier unten. Micky, du Weiger! Micky! Das ist doch hier unten. Nein, das ist nicht da unten. Der Lama-Tracker, der ist Traitor. Warum sollte ich jetzt Traitor sein? YOLO? Ihr habt euch nicht mal getestet? Ja, dann geh doch rein. Er ist kein Traitor. Er ist kein Traitor. Ich war gerade vor der Tür. Er hat mich nicht getötet, Alter. Jetzt kommt. Das ist kein Grund. Ja, Velmut, geh nochmal rein. Nö. Ihr wollt mich töten? Ich kenn euch doch schon, verdammt nochmal. Velmut ist bei mir. Wenn ich tot bin, ist es Velmut. Ja, ist ein Scheiß. Ich bin froh. Micky, ich passe auf dich auf. Ich bin froh. Nö, ich verpiss mich. Oh, ich war doch schon drin, du Zigeuner, Alter. Ich wette mit dir um 100% das ist Koldina, Alter. Der hat mich auch vor den Töten. Leute, geh doch einfach rein. Wir können ja immer noch danach machen. Was, was? Ich trau... Hey, ich wart angetöten. Ich wart angeschossen. Ja, der war's auch. Du bist so ne Nutze. Du bist so ne riesengroße Nutze. Alter, die steckt mein Schwanz in dich rein. Wir haben doch irgendwie auch kein Gehirn oder so, ne? Jeder von uns war drin außer Gaming Maisie und der ist echt so. Ja, Alter. Ja, ich wollte sein Vertrauen gewinnen. Ja, warte, ich kann euch rausschubsen. Ja, muss ich euch ja töten. Ja, scheiße. Ja, ich sterbe. 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 Also, Tyler ist grad gestorben. Ja, ich hab ihn getötet. Ich hab ihn gehörte, weil er im Bug noch drin war. Das ist jetzt kein Grund für mich im Grunde zu bringen und zu sagen. Boah, diese Kackgranaten... Welmit hat wenig Leben. Ja, weil ich im Bug drin war mit Tyler. Vielleicht weil er auch gerade vor deiner Granate getroffen wurde. Mach doch mal die Augen auf. Yolo und von wen? Wer hat den getötet? Ich würd sagen, Tyler hat ne Granate geworfen. Smoker nicht. Und die... Die zwei waren am Bug. Ey, Tyler und Welmit helfen sich die ganze Zeit, Alter. Das stimmt überhaupt. Wir waren gerade zusammen am Bug. Ich verstehe mich. Ach so. Warte. Du warst das mit dem am Bug. Ja. Und ich bin dann halt durch die Incidary. Hab ich übel Schaden gekriegt. Konnte aber in den letzten Sekunden noch... Also ich hab 13 HP. Ich konnte in den letzten Sekunden noch in Netherland. Jemand ist bei mir. Prinz ist bei mir. HAAA! Prinz ist es! Er schieß... Er hat geschossen... Ich bin echt nicht. Leute, wenn ihr auf mich schießt, seid ihr einfach nur dumme Kinder. Er hat auf mich geschossen... Ich schieß jetzt auf dich, weil du mich angeschossen hast, aber voll daneben geschossen. Oh scheiße, da war wirklich nur Sinn. Okay, wer hat geschossen... Was? Ich fühl mich grad voll verarscht. Ich hab grad paar Kammerpunkte bekommen. YOLO Leute, wer von euch ist es? Und jetzt tun einfach mal alle so, als wären die tot. Zwei von euch sind am Leben. Das weiß ich. Ich will nicht sterben. Ich bin... COULDINIZES! COULDINIZES! Ich hab nur noch 7 HP! COULDINIZES! Oh Mann, verdammt... Ich kann nicht... Du bist so dumm, wir sind die einzigen... Oh... Hahahaha... Nein! Hahahaha... 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 So, dann wollt ihr da und nochmal später... Gegenende... Aber... Gämm, was bist du so dumm? Hahahaha... 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 H barbecue... Ich wusste das nicht, man! Noooo Cadizies! Häm dich nicht! Häm dich nicht! Ja, 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 ja.